Ja, wir starten einen neuen Anlauf und jo, wir haben ja versagt und wisst ihr was, jetzt mache ich es einfach mal, wir fahren einfach mal mit einem anderen Auto und ja. Dann nehmen wir mal hier einen grünen Flitzer, in dem Sinne ist das eigentlich relativ egal, mit welchem Auto ich fahre, na ja, jetzt bin ich so oft beim Leitenden gefahren. Ja, wir sind hier Profi-Rennpokal, Stunt und leider nicht so toll gelaufen. Der erste Versuch. Ja, jetzt schauen wir mal. Wie ich mich jetzt schlage. Okay, wo habe ich mich jetzt ja auch ein bisschen besser geschlafen? Ja, super. Ja, weil ich jetzt vergesse, ähm, einen Stunt mehr zu machen. Klasse. Da haben wir auch nicht geglänzt. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Oh, scheiße. Ach. Was mache ich dann? Kacke. Da muss ich auch mal hier ein bisschen Gas scannen, ey. Von hier oben kann ich fast die Ziellinie sehen. Das könnte mich Platz 1 gekostet haben. Verdammt. Oh, nee. Oh, nee. Und. Boah, erst 3. Aber ganz knapp. Nee. Ganz knapp. Kann ich mich so verlesen, jo. Uch, jo. Ich war ja sehr, wie gerade im Zündchen, nervös. Das war ja ganz viel Punkt. Ich war schon. Boah, super. Aber hoffen wir mal, dass er das schnell vergesst. Und was das Bünder sozusagen guckt. Ja, sehr schön. Die ersten 5 Punkte. Und, ja. Und dann geht's direkt weiter. Aber ich muss jetzt da an. Mein neues Auto lässt sich gut fahren. Willkommen auf der Rennschläge von Arizona. Diesem typisch sonnigen Nachmittag. Dran bleiben. Denn das wird eines der unvergesslichsten Ereignisse dieser Saison. Mal schauen, ob ich den nächsten Event auch nutze. Mal gucken. Jo. Und weiter geht's. Cooper Canyon Speedway. Und andere Tricks. Ich wünsche dem Anfänger in der Stunt-Erbietung viel Glück. Wahrscheinlich braucht er es auch. Sehr schön. Er springt. Er fliegt. Jo. So, wir haben mal ganz gut gestartet. Ja, ich verwechsel das immer da. Aber diese zwei... Diese zwei Zahlen ist quasi immer meine Punkte. Und wenn ich erster bin... ...ist das halt auch meine Best... ...Werdung. Da bekomme ich quasi nicht den Zweitplatzierten angezeigt. Ja, da ist er ein bisschen irritierend. Oh, scheiße. Das wird eine harte Landung geben. Oh, ja. Und zwar schnell. Toll. Scheiße. Das muss ich auch prassen. Denk ich mal. Ich fliege. Juhu. Zurück auf Mutter Erde. Er springt. Er fliegt. Kein Bodenkontakt mehr. Unglaublich. Er springt. Er fliegt. Von hier oben kann ich fast die Ziellinie sehen. Jetzt geben sie wirklich alles. Wie bin ich hier oben. Oh, das so sieht noch gut aus. Und, das bedeutet, es wird da... Oh, scheiße. Es wird da. Boah. Uuuh. Verdammt. So. Drei Punkte eingefahren. Boah. Insgesamt acht Punkte. Muss ich mir so wie jeden Fall jetzt eine Platzierung hinlegen. Für das Rennen zu gewinnen. Was wir da gerade gesehen haben, ist der Grund, weshalb ich renne liebe. Dann schauen wir mal. Zeig mir einfach, wann wir drauf sind. Dann gebe ich dir meine Expertise. Mit Mark One. In Thomasville. Darauf haben alle seit Wochen gewartet. Dieses Mal endet der Wettkampf nicht an der Ziellinie. Gewinner dieser Stunt-Erbietung mit der Wagen mit der Höchsten Punktzahl für Sprünge, Überschläge, Kunststücke und andere Tics. Schauen wir mal, wie es jetzt wird. Tja, das ist echter Optimismus. Keine Erfahrung mit Stunt-Erbietungen, aber trotzdem voll der Ball. Ich werde hier oben, ich kann drei Anläufe brauchen. Für hier. Der Titel zu können. Das Rennen beginnt. Kontakt mehr. Das nenne ich eine perfekte Landung. Kinderleichte Sieger. Also super. Toll, abgeschnitten habe ich auf jeden Fall schon und nicht. Ich fliege. Juhu. Der Klamifation sei Dank. Der Klamifation sei Dank. Das war gar nicht dran. Kein Bodenkontakt mehr. Das bist du Hörst uns. Also. Der Führer nicht примichiert. Was war denn überhaupt? Gar nicht dran. Ich kann nicht fast die Ziellinie sehen. Ich fliege. Das war nicht so gut. Oder? Scheiße. Ich kann nicht nur einen Moment versagen. Von hier oben kann ich fast die Ziellinie sehen. Mist. Das bringt mich ganz nach vorn. Kein Bodenkontakt mehr. Er springt. Er fliegt. Unglaublich. Jetzt bin ich im Geschäft. Hier oben kann ich fast die Ziellinie sehen. Die behätschen aber ihr Handwerk. Jetzt kommt richtig Bewegung in die Sache. Kein Bodenkontakt mehr. Es ist nicht mehr viel Zeit. Besser kann man es nicht machen. Komm. Nachführig. Oh. Oh. Und. Und. Jawoll. Da haben wir gewonnen. Wir kommen zurück zu Chicks Picks. Ich bin euer Moderator. Chicks. Konzentriert ihr unsere Aufmerksamkeit auf Brick Yardley. Das ist einsprachend so verkehrt. Wie sie sahen. Jo. Super. Da haben wir fünf Punkte eingefahren. Und. Das bedeutet. Wir haben den Titel eingefahren. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ihr seid die Besten. Und wissen Sie was? Ich auch. Gute Nacht zusammen. Vielen Dank. Sag ich schon mal. Und hier stehen wir auf dem Platz 1. Im Stunt Show Profi Pokal. Auf den alle gewartet haben. Rennpokal. Vielen Dank. Fürs Zuschauen. Und. Dann mach ich mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao.